Die Löwen Frankfurt aus der deutschen Eishockey-Liga haben Mattetili keinen von seinem Amt als Headcoach entbunden. Sportdirektor Franz David Fritzmeier übernimmt somit ab sofort das Training und wird beim Heimspiel abkommenden Donnerstag als Cheftrainer an der Bande der Löwen stehen. Außerdem haben die Hessen mit Julius Hudacek einen neuen Torwart verpflichtet. Der slowakische Torhüter kommt vom tschechischen Erstligisten Hatsi Kladno und wird bereits am heutigen Montagabend in Frankfurt erwartet. Am kommenden Donnerstag treten die Löwen daheim gegen den ERC Ingolstadt an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017